so 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 haben wir das hier relativ schön gemacht so dann muss ich hier noch ein bisschen ausbessern jetzt darf es aber echt mal das regnen aufhören eine schlägt sich hier gerade recht auf die optik aus hoch so dann mache ich hier mal diesen hier und den hier so da ist die erde auch schon wieder futsch so dann fangen wir mal das türmchen an laden wir wieder alles mit koppelstern voll ich höre momentan echt musiken die ich schon noch nie gehört habe ich glaube der shuffle hat sich jetzt mal umgestellt weil ich lasse aber die playlist auf shuffle laufen weil sonst würde man tausendmal vom selben spiel ein lied hören und das wäre doof nein d d d d d d d war eine schöne serie gibt sie eigentlich noch hätte ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen dass das laufen würde aber sicherlich wird es das noch geben glaube ich jetzt mal fest dran dass es das noch gibt hoch das ist wieder ein stack koppel zu ende deswegen muss ich mir die nächsten graben bin ich in etwa schon auf der höhe so erst mal den rand hier fertig machen ich glaube aber muss noch wo sind denn hier meine leitern so ja erst mal eine leite machen aber trotzdem runterfallen so 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 die sieben die sieben die sieben die sieben hier regnet es noch rein 1,2,3,4,5 warte mal 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7 ok 2 hoch und dann wird dicht gemacht normalerweise so so ich will die absolut gleich bauen ist ja sonst irgendwo ärgerlich wenn man dann baut und baut und baut und dann wenn man irgendwie eine verbindung zu zueinander herstellt zu den zwei gebäuden das dann irgendwo falsch ist so man muss hier noch so ein klotz her hier und hier und hier ok hier rennt nix rum schöne lava so dann brauche ich hier ne fackel und da ne fackel und da oben na komm guck hoch Junge so habe ich die fackel angebracht alter scheiß Regen hier brauche ich hier oben ne fackel so so 1 2 3 4 ich hoffe das stimmt 1 2 3 4 3 4 so mache ich mir hier so einen Weg 1 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 16 15 so 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 1 2 3 1 2 1 so da läuft schon wieder ein Zombie rum ich werd nicht mehr er ist aber jetzt von hier unten hochgeschissen gekommen doof so er schaufscheiß so um mal in meinem Dialekt zu bleiben ein bisschen Dialekt ist ja auch mal nicht schlecht ein bisschen Multikulti Multikulti so dann kommt der hier hin und so so dann kommt muss hier der 3er hochgezogen werden so so kommt hier der 2er da kommt auch der 2er so 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 sieht irgendwie unrichtig aus habe ich jetzt gerade so das dumpfe Gefühl ach so ich brauche hier noch den 3er muss ich hier hochziehen so dann den 2er hier hier den 1er juhu und es stimmt so 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 es geht ja voran mit unseren mit unserer Burg ist ja immer schön und ich habe bis jetzt nur einmal Cobblestone farben müssen gut die Verbraterei geht ja gleich erst los gut gut da schon schön langsam der Morgengraut so 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 die Burg sind immer wieder schön in Reihe und Glick gesetzt muss ja auch schick sein so 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 dann haben wir den auch gleich fertig den Turm dann muss ich in die alte Welt gehen und losstapfen und Erde holen für die grobe Vorbehandlung so 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 muss ja auch sein dass hier unsere Burg wächst und gedeiht so dann baue ich noch Fackeln hier eine hier eine hier eine und hier eine aha hier sieht man auch eher hinter zum zum Wallhaus so erstmal kurz die Aussicht gecheckt ob hier der Zombie immer noch rumläuft Junge Axt ins Gehirn achso es ist ein Greep äh es ist ein Zombie der hat ja gar keins deswegen spalte ich ihm den Schädel weil ich es kann so tot ist er tot ist er und Regnen hat es auch aufgehört juhu ein trockener Tag wie schön wie schön ist ja immer toll wenn trockene nicht regnerische Tage vorhanden sind ich will da nicht reingehen in Bewegung bleiben Junge in Bewegung bleiben ne hier hab ich gut genug ausgeleuchtet glaub ich jetzt mal äh huch wie kann hier Gras wachsen hier ist ja gar nicht offen okay schnell hier durch waa verreckt so ich hole mir das Zeug ist ja nie verkehrt wenn man das Zeug doch mal am Manne hat vielleicht brauchen wir ja au den Knochen vielleicht kriegen wir ja ein paar Hundis für Hausbewachen und so so hier ist ein Skelett krepiert vor allem um die Pfeile wär schade wenn wir die nicht mitnehmen würden ich hab hier grad auch ne Idee und die muss ich direkt umsetzen bevor ich sie vergesse so weil hier hier der Weg mehr oder weniger endet mach ich hier noch so ein klein Ding hier scheiße ja ich mach so ein klein Ding scheiße hier verreck blödes Hühnchen so ich verbrat hier zwar Cobblestone aber ein bisschen hier für die Optik arbeiten ich bin ja vom Beruf Optiker wisst ihr ne also da muss immer die Optik stimmen naja Optiker bin ich jetzt nicht unbedingt aber egal ihr müsst es nicht wissen weil ich jetzt vom Beruf bin vielleicht wenn ihr mich nicht fragt dass ich es euch doch sag ne ich will eher der incognitiv Mann bleiben also dass ich hier nicht so öffentlich mach dass mich nicht jeder erkennt vielleicht zur Gamescom da wird es passen wenn ich dann mit einem T-Shirt rumläuf so MG muss mit kleines YouTube Zeichen dann wisst ihr wer ich bin oder wie ich aussehe falls einer von euch auch auf die Gamescom kommt so ich weil ich habe es dieses Jahr wirklich 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 vor weil puh sonst bin ich auch nie dazu gekommen und mir fällt gerade ein ich dürfte gar keine Erde mehr haben kommt mir jetzt gerade mal so spontan in den Sinn und der Hügel nervt mich der muss weg wenn ich jetzt keine Erde mehr habe dann wisst ihr ja was ich mache ich haue den Hügel da hinten weg und ja meine Schafe sind wieder wollig rot und das gelbe Schaf ist planschen gegangen da muss ich doch direkt meine Schiers packen da packen mich die Schiers und Schiers bitte so jetzt nochmal zwei danke so wird halt noch eine Zeit dauern bis wir endlich mal genug rote Wolle haben gut ich könnte jetzt noch ein paar Schafe umfärben will ich aber nicht weiß braucht man irgendwann auch mal so habe jetzt jedes rote abgeerntet jo jetzt guck ich mal ich hätte mein Inventar leeren können wieso tue ich das nie aber naja was soll's ich kann es sowieso gleich wieder auch leeren so ah wieder schön hier am Bauernhof zu sein so nee hier ist nix mehr drin oh Pflastersteine nehmen wir direkt mal mit so Stein hier nee Leiter nehme ich mit die Kiste hier rein damit irgendwas kann hier noch rein sicher